Von Mexiko bis Japan ist Reis und Polenta, Mais, eines der wichtigsten Lebensmittel. Mein Name ist Georg Kaspar, herzlich willkommen bei ConRicon. Gerne zeige ich Ihnen, wie wir Reis, Risotto, Polenta einfach und schnell dazubereiten. Als erstes Gericht zeige ich Ihnen den Safran Risotto. Die Schalotte fein schneiden und Olivenöl in einer ungelochten Gastro-Schale im Powersteamer bei 100 Grad für 5 Minuten dämpfen. Dann den Carnaroli Risotto-Reis dazugeben und mit der Schalotte gut mischen. Den Weisswein und den Bouillon, den wir den Safran bereits aufgelöst haben, dazugeben und mit dem Reis im Programm Risotto garen. Nach dem Garen die Gastro-Normschalen sofort in die kleinen Surfschale geben, mit der Butter und Parmesan gut einrühren. Anschliessend noch 5 Minuten ziehen lassen. Als nächstes Gericht werde ich Ihnen den Powerboiled-Reis zubereiten. Sie werden sehen, Reis kochen ist wirklich kinderlich. Die Zutaten in einer 1-3-Gastro-Normschale mit dem Schnee-Beser gut vermischen und im Powersteamer schieben mit dem Programm die Bramata-Polente garen. Nach dem Garen sofort in die Steamer-Surfschale geben, noch einmal gut durchrühren und für 5-8 Minuten ziehen lassen. Als nächstes Gericht werde ich Ihnen eine Bramata-Polente zubereiten. Den Mais, den Bouillon und Gewürz mit dem Schwingbesen in einer Gastro-Schale gut vermischen und im Powersteamer im Programm die Bramata-Polente garen. Anschliessend sofort die Gastro-Schale in die Steamer-Surfschale stellen, die Butter und den Parmesan herunter mischen und 5 Minuten stehen lassen. Haben wir es auch lustig gemacht? Ich möchte jetzt einmal so ein feines Risotto zu Hause mit dem Powersteamer ausprobieren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.